Ja, hallo, ich bin Stephen Thien, deutscher Meister unter anderem und mein erstes Mal war mit 16, ich war noch Jungfrau, nein, und zwar war mein erstes Mal auf der Bühne, wurde meine erste deutsche Meisterschaft, war 2002, habe ich gewonnen, war ein schönes Erlebnis und davor habe ich aber auch noch eine Meisterschaft, mich zu qualifizieren natürlich, das war meine erste richtige Meisterschaft und das war schon ein geiles Gefühl für mich und war irgendwo Nervösität dabei und Neugier und auch ein bisschen, Geilheit vielleicht, Posing-Geilheit, ich wollte posen wie ein Weltmeister, ich habe einfach da hingepost, ich habe glaube ich innerhalb von 60 Sekunden 50 Posen gezogen oder so, also weil ich so nervös war und war schon ein gutes Ding und deswegen immer neu wieder dabei sein und einfach sich zusammenraufen und sagen, ich gehe jetzt auf die Bühne. Und dann. Ja.